Also wir kommen gleich an, dann gehen wir direkt in den Backstage rein. Das Besondere am Ochoaier ist halt, dass es halt draußen ist, dass es halt Festival-Feeling ist. Die Zimmer sind ja um den Pool gebaut und da ist die Bühne aufgeregt und das ist natürlich krass. Meine eigene Party, die Blue Party, da zu haben, das war schon was Cooles. Das Besondere am Ochoaier drehen. Danach Musik Spannende Musik Spannende Musik Vielen Dank.